Musik Liebe Musikfreunde, mein Name ist Attila Aldemir. Ich bin ein festes Mitglied des Konzertorsorchesters Berlin seit 2013. Gerne möchte ich Ihnen meine CD-Aufnahme vorstellen, die ich mit dem Dirigenten Gerhard Ostkamp und mit seinem Orchester Mitteldeutscher Kammerphilharmonie aufgenommen habe. Musik Musik Wir würden uns sehr freuen. Wir würden sowohl der Maestro Gerhard Ostkamp sowie sein Orchester Mitteldeutscher Kammerphilharmonie und ich als Solist auf der Violine, wenn sie ein Teil dieser Aufnahme werden würden. Musik Mit ihrer großzügigen Unterstützung würde die CD bald auf den Markt kommen. Und wir würden uns sehr auf ihre Teilnahme bei diesem Projekt freuen. Musik 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 Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Musik 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 Musik